schöner guten mittag und das mitten in der woche schön dass du da bist heute ein thema wieder ein bisschen mehr schwierig das heißt schwierig auch für mich als coach und consultant geht es um ein seminar dass jeder selber freiwillig bucht selbst bezahlt und kommt dann ist meist die mitmachen die stimmung ganz eine andere wie denn wenn es darum geht dass man das so aufgedrückt bekommt und wenn jetzt heute ein bisschen mehr zum thema raucher sein oder eben nicht raucher sein und den ärger im geschäft und im restaurant und zu hause und überall ja ein bisschen mehr dazu wissen möchtest dann bleib jetzt bitte dran ich gebe dir nach ein paar tipps wie du das vielleicht auch auf die reihe bekommst also hier ist wieder die ruht die ruht achille fosa sein coach für mir lebensqualität und mich würde mal interessieren bist du raucher schreib einfach unten ja oder nein rein ich sag dir ich war raucher darum weiß ich so ganz genau von was ich rede es gibt aber zurzeit den aktuellen anlass an einem kunden und zwar geht es einfach darum dass diejenigen die nicht rauchen ein riesen problem damit haben dass die anderen sagen wir es mal leise und locker ausgedrückt mindestens einen halben tag und mehr die woche draußen stehen beim rauchen ich gehe meilenweit für eine camel und es ist wirklich so in vielen firmen die sind nicht überrascht worden wie ich noch geraucht habe da war das ganz klar da durfte man rauchen da hat man auch geraucht im büro und überall das war irgendwie kein thema und heute ist man etwas bewusster geworden dass es nicht gesund ist wenn du jetzt raus bist das muss ich dir nicht erzählen und dass du so einen ausreden katalog hast warum du nicht aufhören willst oder kannst oder sonst oder was immer ist mir auch klar ich habe sehr sehr viele kurse für die krebslieber in zürich gegeben und das resultat war ja die meisten haben aufgehört aber sind über kurz oder lang eben wieder rein gerutscht haben wieder angefangen aber jetzt mal ganz konkret sagen wir mal in der firma bei euch ihr müsst pause machen das ist ganz völlig normal und dass ein raucher ab und zu eine zigarette rauchen muss ist auch okay wenn der aber irgendwo hinlaufen muss weil eben die firma nicht eingerichtet ist mit einer raucherecke auf derselben etage muss irgendwo hinlaufen er muss also hingehen kommt zurück rauf da meistens trifft er noch andere raucher auch an und wenn dann die zusammen sind dann kann das guten gerne eine weile dauern okay ich weiß jetzt komme ich höre die ausreden ja ich habe das handy dabei mich kann man immer der reichen und wir sprechen über das geschäft und 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 kenne ich alles und ich weiß dieses aber was macht man da wenn ich da ein seminar gebe und den leuten sagen muss oder klar leg mal deine seele auf den tisch warum das so ist oder warum mir eben ärger habt weil die raucher einfach zu vollem lohn ja jeden monat zwei drei tage draußen stehen und rauchen und alle ausreden bereit haben wenn man ihnen was sagt wütend werden ist alles verständlich die raucher verstehen aber oft die anderen nicht weil die können einfach sich auch nicht wirklich mitteilen und man findet wie keine lösung es gibt firmen die haben die lösung gefunden dass man ausstempeln muss quasi die zeit die man draußen verbringt ich weiß nicht ob das alles wirklich gut ist ob das auch so geht weil es ist ja auch dann wie früher die in die stechuhr also ich gehe jetzt mal eben kurz raus das zu öfteren zur toilette gehen da darf man aber die auch nicht mehr rauchen also was macht man zum beispiel nicht angeschrieben und dann können wir schauen was man da rausholen kann weil es gibt sicher lösungen aber das muss bei jedem einzelnen selbst anfangen und selbst anfangen meine ich immer access consciousness also wirklich den zugang zu meinem bewusstsein zu finden weil das rauchen das ist eine psychologische geschichte der eine der raucht und das stinkt ja immer oder frischer auch nicht aber das andere für einen nicht raucher ist das eine katastrophe also ich als extra ich muss mir das oft anhören du tust nur so blöd du hast ja auch mal geraucht habe ich ich habe aber auch freunde die ich kann ich nur noch da oben auf dem friedhof besuchen weil sie einfach ja gestorben sind weil der pancreas mag das nicht also gesundheit ist wie klar oder das ist wie klar mich hat gestört der gestank und der gestank ist auch mein aktuelles thema ist firma aber aber auch eine tochter von meiner freundin die wohnt in einem haus mit einem wie sagt man diese im energie häuser und da haben die leute immer unten beim eingang waren die draußen beim rauchen und das hat den ganzen rauch in das haus reingezogen und wie sie abends nach hause kam hat das ganze haus die ganze wohnung alles von abgestandenem rauch das da wird dir schlecht also ich war auch eine die wegen dem gestank aufgehört hat was wir dann dein grund zum aufhören weil ich kann mit die firma kann dich nicht zum aufhören zwingen und einen kurs auf die nase drücken ist auch schwierig was wäre dein grund ok gestank ist eines löcher im löcher ist das andere dann die kosten sehen wir jetzt mal ganz klar meine freundin hat zwar immer gesagt ja meine kosten nicht 8 50 koste nur 650 aber wenn jemand ein päckchen im tag rauch außer die meisten tun dann ist das locker 3000 und mehr im jahr gibt doch schon urlaub und jetzt habe ich ein paar tipps für dich ok du möchtest dir mal ganz klar überlegen warum du rauchst nicht mehr sagen ich dem chef sagen nicht meine derzeitigen kunden der eben dieses problem hat mit dem rauch und mit dem nicht raucher ok jetzt musst du dir mal wirklich ein kannst du ein exer sheet machen wenn du weißt kannst du es aber auch von mir anfordern schreibst du mal auf die zeit wo du bist mit wem du bist was dein innerer zustand ist und was du anstelle dessen hättest tun können und dann wie hoch die skala ist von 1 bis 10 1 ist kann es lassen 10 das muss jetzt sein du wirst ganz ganz schnell merken wenn du mal wirklich nur ein paket jedes mal erst aufschreibst und dann ich habe lange lange kein kaffee mehr getrunken weil ich angst hatte wenn ich kaffee trinke oder alkohol das ist auch sein thema und was ich bei mir festgestellt habe und ihr hört mich bei mir redest habe ich kein thema mit was aber war immer wenn es mich betroffen hat wenn ich um anderen hätte sagen und weisst du was du kannst mich sonst wo ja oder sagt bitte mal stopp habe ich eins geraucht runter geraucht ich habe nichts gesagt wenn es mich betroffen hat wenn ich mich verletzt gefühlt habe dann habe ich einfach geraucht und du wirst ganz schnell sehen ah das sind immer die gleichen situationen es gibt auch menschen die mögen sich einfach nicht punkt und jedes mal kommt da so eine energie und du musst mal schauen ob das so ist immer wenn derjenige oder diejenige rein kommt was du das verlangen bekommst nach 1 rauchen weil wenn du schon mal im krankenhaus warst schon mal irgendetwas hattest du weisst genau in drei du kannst da drei tagen krankenhaus sein wenn du wirklich krank bist es geht sehr schnell weg und es dauert eine weile ja ist klar und ich schwöre dir wenn du aufgehabt haben solltest aus irgendwelchen gründen auf irgendwelche methode spielt keine rolle steckt dir nie mehr eine an das ist wie mit dem alkohol das thema das hatten wir schon natürlich nachher noch den link rein könnt ihr euch nochmal anschauen es ist auch so eine sucht und das rauchen ist nur das was die anderen sehen aber warum du rauchst das hat tausend und einen grund und du hast genauso tausend und zwei gründe ausrede warum du es nicht kannst jetzt möchtest du sicher noch wissen warum ich geraucht habe oder okay ich habe angefangen glaube ich war 14 oder 15 und meine tante wurde immer runter gemacht weil sie als einzige geraucht hat und ich habe sie über alles geliebt sie waren wirklich meine sie hat mich groß gezogen sie war einfach mein ein und alles und das war meine solidarität zu ihr und irgendwann war das natürlich auch cool oder so die Ende 60er Anfang 70er da war das cool wenn eine frau geraucht hat da hat niemand irgendwas Gedanken darüber verloren wir haben sie auch einfach weggeschmissen und irgendwann haben wir Naschenbäche mitgenommen weil wir haben dann auch gelernt dass eine Zigarette ein stummer einen Kubikmeter das sind 1000 Liter Wasser das heißt dein und mein Trinkwasser vergiften also vielleicht einfach so mein Tipp für dich nimm wenigstens ein Aschenbecher mit dann müssen sich nicht rauchen und umweltbewusste nicht über dich ärgern und auch nicht so zack schnell da bei der Eisenbahn unter die Schiene schmeißen oder so okay das war wieder so ein heavy Thema aber wenn ihr Bedürfnis habt in der Firma da kann man wirklich was und man kann gemeinsam was finden aber aufhören musst du und du musst wollen und wenn du willst die Accessbars die helfen die helfen die für dein Bewusstsein und alles was es jetzt nicht erlaubt dass du aus diesem Abern aus diesem Katalog von Ausreden raus kommst möchtest du das zerstören und umkriegen? Ja? An a god-sillion times, riding around, gutenberg, polkenpots, all nine, shorts, boys and beyonds und dann sagt dir diesen Satz einfach jeden Tag morgens, abends, zehnmal über ein paar Wochen und vielleicht löst sich dein Rauchproblem in Rauch auf und mit diesen Worten Tschüss und einen schönen Tag und bis morgen 能 réchuhen 0 0 0 0 0 0 0 00